Genug! Genug der Freude des Malts, werte Freunde und Jagdgenossen! Kuno, der von euch erwählte Eidam gefällt mir. Aber wo ist die Braut? Wo bleibt nur die Braut? Hilf, Samir! Herr Fürst, lass den Probeschuss vor ihrer Ankunft ablegen. Warum? Ich fürchte, die Gegenwart der Braut könne ihn in Verwirrung setzen. Wohlauf, Max! Einen Schuss wie heut früh deine drei Ersten und du bist geworden. Siehst du dort auf dem Zweig die weiße Taube? Die Taube? Ja, schieß! Schieß nicht! Ich bin die Taube!